Blick zum Anfang des Weges Ein Wildbach, der von oben einmündet Manchmal versperren Pools den Weg, dann muss man eine Ersatzroute suchen Der Rückweg durchs Vadim Riadin Ein Wildbach, der von oben einmündet 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 Wasserreste im Wadi muss man umgehen Wasserreste im Wadi muss man umgehen Wasserreste im Wadi Wasserreste 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 So, immer wieder gibt es schöne Klippen und Pools zu bestaunen. So, immer wieder die Klippen und Pools zu bestaunen. So, immer wieder die Klippen und Pools zu bestaunen. So, immer wieder die Klippen und Pools zu bestaunen. Schließlich wird das Dorf Masirat Rabatji wieder erreicht. So, 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 so,